Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Heiko Primus, bin Facharzt für Urologie und arbeite in der Reha-Klinik Bad Seitz-Elm. Und mein Vortrag hat heute das Thema uro-onkologische Rehabilitation. Welche Behandlung erwartet mich bei den urologischen Tumoren? Ja, die allgemeine Diagnostik in der Onkologie und speziell in der Urologie beinhaltet folgende Dinge. Die Anamnese, klinische Untersuchung. Der ICIQ-Fragebogen spielt eine wichtige Rolle. Das ist ein international standardisierter Fragebogen zur Inkontinenz von der International on Incontinenz Consultation Questionnaire. Ebenfalls der IIIF-Fragebogen. Das ist ein international standardisierter Fragebogen zur sexuellen Funktionsstörung des Mannes. Der International Index of Arctal Function. Labordiagnostik natürlich, ein psycho-onkologisches Screening, die Urosonographie. Im Bedarfsfall wird natürlich ganz selten gemacht. In der Reha-Klinik ist die Uroflow-Metrie. Das ist eine Harnstrahlmessung. Die können wir bei uns ebenfalls durchführen. Das Mektionsprotokoll spielt eine große Rolle. Der Vorlagenverbrauch eine große Rolle. Und wir machen einen 24-Stunden-Pet-Test, das heißt einen 24-Stunden-Vorlagen-Wiegetest. Die allgemeinen Reha-Maßnahmen in der Onkologie betreffen ja die medizinischen Trainingstherapien. Das heißt, alle onkologischen Patienten bekommen diese Therapien. Das ist die Gruppengymnastik, das ist die Sohle-Wassergymnastik, das Walking oder die Idogo-Stabgymnastik, Kraftgerätetraining, individuelles Konditionstraining, freies Sohle-Bewegungstraining und noch vieles mehr. Ebenfalls werden sie informiert und geschult, unsere Rehabitantinnen und Rehabilitanten, zum Beispiel über Training und Fitness oder wie man Nichtraucher werden kann, beziehungsweise über Fatigue-Syndrom. Wir haben auch das Patientenseminar Tumorerkrankungen. Das ist ein allgemeiner Vortrag, wie Tumore überhaupt entstehen. Wie sieht die moderne Tumortherapie heutzutage aus? Wie ist die Nachsorge und wie sieht es aus auch mit der Naturheilkunde in der Onkologie? Und wir bieten auch Sprechstunden bei uns an. Das ist die Schmerztherapie zum Beispiel, kann man besuchen, oder Sprechstunde Naturheilverfahren. Dann haben wir natürlich die psycho-onkologische Unterstützung. Wie gesagt, die Rehabilitanten werden hier gescreent mit einem speziellen Fragebogen. Und sie können dann auch einzelne Gespräche wahrnehmen bei unserem Psychologen, zwecks Krankheitsbewältigung. Dann haben wir auch Verfahren zur Entspannungstherapie, also Ruhebild, oder die Muskelrelaxation nach Jakobsen. Wir haben das zertifizierte Rauchfreiprogramm in unserer Klinik, bei entsprechender Motivation auch wirklich das Rauchen einzustellen. Und wir haben auch Gesprächskreise hinsichtlich Stress, Stressbewältigung, Lebensweise und Gesundheit. Dann haben wir natürlich die individuelle Pflege und die Hilfe zur Selbstständigkeit. Das heißt, die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die in unserer Klinik anreisen, bekommen erstmal alle Informationen zu unserer Klinik. Und das Pflegepersonal selbst macht auch Vorträge über Schulungen, zum Beispiel Diabetes mellitus. Oder die Rehabilitantinnen werden in der Sturmerversorgung gelernt, dass sie sich selbst versorgen können mit einem Sturmerbeutel. Dann haben wir natürlich jetzt unsere speziellen Reha-Maßnahmen in der Urologie. Das heißt, betreffend der Tumore und der harnableitenden Wege und natürlich der Vorstelldrüse. Hier haben wir natürlich auch die serologische Labordiagnostik. Und die ist jetzt ergänzt in der Urologie, zum Beispiel mit der BGA. Das heißt, eine Blutgasanalyse bekommen Rehabilitanten, die zum Beispiel ein Iliumkonduit haben oder eine Neoblase haben oder mit einem Poach versorgt worden sind, weil hier die Gefahr besteht einer hyperchlorämischen Acidose. Ja, also ein Eingangs-BGA-Wert. Und ist dieser pathologisch bzw. in der nachfolgenden Kontrolle immer noch pathologisch, besteht dann die medizinische Indikation für das Medikament Bikanorm. Das ist eine alkalisierende Substanz. Und die Rehabilitantin oder Rehabilitant bekommt im Verlauf dann BGA-Kontrollen, um diese metabolische, hyperchlorämische Acidose eben ausreichend zu therapieren. Ja, Urinstatus, Urinsediment spielt ja in der Urologie eine große Rolle. Und bei pathologischem Befund bekommen natürlich die Rehabilitantinnen oder Rehabilitanten eben auch eine Urinkultur. Als spezielle Information bieten wir auch den Gesprächskreis Tumore an, der harnableitenden Wege. Das sind zum Beispiel alle Urotelkarzinome, wie Nierenbeckenkarzinome bis zum Harnröhrenkarzinome. Auch sind Informationen enthalten über Peniskarzinome und Nierentumore selber. Dann haben wir bei der Neoblase auch noch den Vortrag, nicht nur bei der Neoblase, sondern generell auch bei Inkontinenz und bei Neoblase der Vortrag Harninkontinenz, Diagnostik und Therapie. Bei Patienten mit einer Inkontinenz bieten wir auch Beckenbodentraining an, Blasentraining. Gegebenenfalls zum Beispiel bei Dranginkontinenz spielt das eine große Rolle oder bei der überaktiven Blase beziehungsweise bei der Neoblase. Dieses Blasentraining ist eine verhaltenstherapeutische Maßnahme und dient dazu, den Harndrang, den heftigen Harndrang hinauszuzögern, dass sich die Harnblase wieder entfalten kann und somit die Kapazität im Laufe der Zeit sich erhöht. Wichtig bei der Inkontinenz, vor allen Dingen bei der Blassensinkontinenz, ist auch das Gewicht des Urins. Das messen wir in 24 Stunden. Die Rehabilitanten bekommen eine Tüte, dort sammeln sie in den 24 Stunden ihre Vorlagen mit dem unwillkürlichen Urinverlust und am nächsten Tag wird dann das Gewicht ermittelt vom Urinverlust. Das machen wir am Anfang der Reha, also in der ersten Reha-Woche und in der letzten Reha-Woche eben zum Vergleich. Und wir bieten die urologische Sprechstunde an. Das machen wir am allerletzten Montag in unserer Klinik, bevor die Rehabilitantin oder der Rehabilitant eben abreißt, um hier alle Befunde durchzusprechen. Und in dieser Sprechstunde bekommen Sie von uns auch einen kurzen urologischen Brief mit in die Hand. Ebenfalls bieten wir hinsichtlich einer erektilen Dysfunktion weitere Informationen an, wie zum Beispiel Gesprächskreis, sexuelle Funktionsstörungen des Mannes. Und die Rehabilitantin, die können bei uns in der Klinik auch mit einer Vakuum-Erektionspumpe versorgt werden. Spezielle Reha-Maßnahmen hinsichtlich des Prostatakarzinoms. Da ist zu erwähnen, dass natürlich PSA eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wir machen das bei uns in der Klinik so, dass wenn die Operation oder die Bestrahlung, sage ich mal, Wochen bzw. wenige Monate nur zurückliegt, dass wir diesen PSA-Wert, um Abstand zur Therapie zu gewinnen, erst in der letzten Reha-Woche bestimmen. Das haben wir mit der Universitätsklinik Magdeburg auch so abgesprochen, weil PSA hat ja eine bestimmte Halbwertszeit, das muss sich erst mit der Zeit abbauen. Und da ist ein gewisser Abstand zur Therapie sehr, sehr wichtig. Ja, Urin-Status, Urin-Sediment spielt ja bei den Patienten auch eine große Rolle. Und die Prostatakarzinom-Patienten bekommen in unserer Klinik auch ein psycho-edukatives Seminar zum Prostatakarzinom. Sehr wichtig ist auch hierbei der Vortrag Harninkontinenz, bei bestehender Belastungsinkontinenz, bei bestehender Dranginkontinenz oder bei überaktiver Harnblase. Sehr wichtig ist auch das Thema beim Prostatakarzinom, gerade nach radikaler Prostatektomie, die erektile Dysfunktion. Und wie gesagt, hier bieten wir ja zusätzlich den Gesprächskreis an sexuelle Funktionsstörungen des Mannes. Also da wird den Patienten eben erläutert, was alles möglich ist. Neben der Vakuum-Erektionspumpe kann man ja auch mit Medikamenten behandeln. Und wichtig ist auch in der Hinsicht, dass wir ja bei uns in der Klinik eine Beckenbodentherapeutin haben, die verordnet den Patienten ab Belastungsinkontinenz zweiten Grades und bei erektiler Dysfunktion auch eine Vakuum-Erektionspumpe und das Syntec-Therapiesystem, also das ist so ein Reitstrom-Therapiesystem für zu Hause, als Leihgerät für drei Monate. Bei der Vakuum-Erektionspumpe, es wird den Patienten auch so erklärt, das hat ja drei wichtige Funktionen. Das dient nicht nur der sexuellen Funktionsstörung, sondern die Vakuum-Erektionspumpe ist auch sehr, sehr wichtig bei der Belastungsinkontinenz. Denn wenn Vakuum geschaffen wird am Penis, versteift sich der Penis. Das führt zu einer Durchblutungsförderung des Beckenbohnens, der Penisschwellkörper. Das heißt, es ist wichtig für den Beckenbohnen und für die Penisschwellkörper. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Vakuum-Erektionspumpe in der Lage ist, eine Verkürzung des Penis nach einer Operation um ein bis zwei Zentimeter zu verhindern, beziehungsweise wieder aufzuheben. Denn die Harnröhre musste ja an die Harnblase rangezogen werden und dort anastomisiert werden. Das schafft eben die Vakuum-Erektionspumpe, wieder eine normale Penislänge zu schaffen. Ja, und dann der dritte Punkt, das ist für manche ältere Patienten nicht der wichtigste Punkt. Man kann es auch für den Geschlechtsverkehr benutzen. Ja, wenn der Rehabilitant oder die Rehabilitantin in unsere Klinik kommt, dann ist es bei der Anamnese schon mal sehr wichtig, wenn eine Belastungsinkontinenz besteht, welchen Grad haben Sie denn? Man unterscheidet hier drei schwere Grade. Grad 1 ist zum Beispiel, wenn nur beim Husten und Lachen oder bei schwerer körperlicher Betätigung es zu einem unwillkürlichen Urinverlust kommt. Nur die wenigsten Patienten kommen mit diesem Grad. Die meisten Patienten, die bei uns in der Klinik aufschlagen, gerade nach einer radikalen Prostatektomie, sind Patienten mit zweiten Grad Belastungszahlen Inkontinenz. Das heißt, beim Aufstehen aus einer sitzenden Position oder aus einer liegenden Position, beziehungsweise bei allen leichten körperlichen Betätigungen wie Umherlaufen oder leichter Kraftsport kommt es zu einem unwillkürlichen Urinverlust. Und die zweithäufigste Form, die bei uns aufschlägt, ist der dritte Grad. Der dritte Grad heißt, der Patient verliert unwillkürlich sein Urin in völliger Ruhe, das heißt in liegender und in sitzender Position, ohne dass er was macht. Dann haben wir noch eine Gradeinteilung, die richtet sich nach dem Urinverlust. Und hier gibt es vier schwere Grade. Man kann sich vorstellen, es sind ja ungefähr 9 Millionen Menschen in Deutschland betroffen von einer Harninkondenz. Und die meisten dieser Patienten haben vielleicht den ersten Grad, das heißt, sie verlieren innerhalb von 24 Stunden weniger als 10 Milliliter. Aber wenn jetzt eine radikale Prostat-Ektomie durchgeführt wurde, so haben wir doch erhebliche Mengen. Und ich kann mittlerweile sagen, die meisten Patienten, die bei uns aufschlagen, kommen mit einem Grad 4, das heißt, sie haben über 100 Milliliter unwillkürlichen Urinverlust in 24 Stunden in den Vorlagen. Und diese Urinmenge wird ja verglichen am Anfang und am Ende der Reha-Maßnahme. Ja, die Inkontinenzanamnese hatte ich ja schon erwähnt. Wichtig ist der Eingang, also welchen schwere Grad hat der Patient. Zweitens, er bekommt von uns, wenn eine Inkontinenz vorliegt, diesen ICIQ-Fragebogen. Das ist ja der standardisierte Fragebogen zur Inkontinenz. Dieser füllt der Patient in der ersten Reha-Woche aus und ebenfalls in der zweiten Reha-Woche zum Vergleich. Und dieser Fragebogen wird dann in der urologischen Sprechstunde, bevor der Patient abreist, mit dem Patienten dann besprochen und erfährt dann ebenfalls Eingang in den urologischen Kurzbefund, was er mitbekommt. Wichtig ist in der Hinsicht noch zu sagen, dass ich im Zeitraum von Juni 2020 bis Januar 2022 diesen Patienten auch ein ICIQ-Fragebogen mit nach Hause gegeben habe. Und nach Einwilligung haben sie mir diese dann zugeschickt nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Und das wurde von mir dann ebenfalls noch ausgewertet. Hier sieht man mal so einen Fragebogen zur Harninkontinenz. Ist vielleicht nicht ganz so gut zu sehen, aber hier sind eben die Fragen drauf, wie oft kommt es bei Ihnen zu einem unwillkürlichen Urinverlust, wie hoch ist der Urinverlust, wie viele Vorlagen benötigen Sie, wann kommt es zum Urinverlust und wie schätzen Sie Ihre Lebensqualität ein. Und wie gesagt, das füllt der Patient in der ersten Woche aus, mit diesem und in der letzten Woche. Dann zum Miktionsprotokoll. Ein Miktionsprotokoll, hatte ich anfangs schon erwähnt, bekommen Patienten, wenn sie erstens eine Dranginkontinenz haben oder zweitens eine überaktive Blase, da besteht ein gewisser Unterschied. Eine Dranginkontinenz ist ja ein imperativer Harndrang mit unwillkürlichem Urinverlust und eine überaktive Harnblase ist ein imperativer Harndrang ohne Urinverlust. Das heißt, der Patient schafft es gerade noch so auf Toilette und Patienten mit einer Neoblase bekommen ein Miktionsprotokoll. Wir haben auch bestimmte Klassifizierungen dann in unserer Reha-Einrichtung. Das heißt, bestimmte Gefäßgrößen wurden in Milliliternzahlen eingepflegt in diesem Miktionsprotokoll. Und der Patient muss genauestens aufschreiben, an irgendeinem Tag, und zwar nur einmal in der Reha-Woche, wie viel er trinkt am Tage und wie oft er auf Toilette geht und wie viel Vorlang er verbraucht. Und dieses Miktionsprotokoll wird am Ende des Reha-Aufenthalts ebenfalls ausgewertet und fließt ebenfalls in die Beurteilung des urologischen Befundes mit ein. Beziehungsweise es wird auch zwischenzeitlich natürlich ausgewertet, wenn der Bedarf zum Beispiel gesehen wird für eine zusätzliche medikamentöse Blasen, eine spasmolytische Therapie. So sieht das Miktionsprotokoll bei uns in der Klinik aus. Wie gesagt, der Patient, der führt das einmal in der Reha-Woche, also an irgendeinem Tag, in der ersten Woche aus. In der zweiten Woche, in der dritten Woche wird er verlängert, dann auch in der vierten Woche. Hier sind die Milliliteranzahlen, die verschiedenen Gefäßgrößen aufgezeichnet. Also er kann sich entscheiden, welche Gefäßgröße er benutzt, meinetwegen kann er auch eine Strichliste hier führen. Oder er zeichnet eben ganz einzeln die Milliliterzahlen, diese Trinkmengen, auf. Und ebenfalls bekommt er natürlich ein Urin-Gefäß. Wo er sein Urin dann abgeben kann und messen kann. Und das muss er auch in einzelnen Portionen dann hier aufschreiben. Was man ja dann sofort sieht an dem Miktionsprotokoll, ist das Trinkverhalten auf der einen Seite. Und zweitens mal, wie oft er eigentlich auf Toilette geht. Und wie viel die Haarenblase fässt. Ob sie nur 50 Milliliter fässt, ob sie 100 Milliliter fässt. Oder im Verlauf, es sie schafft wird, durch Blasentraining vielleicht, die Blase so aufzudehnen, dass er 300 bis 400 Milliliter fassen kann. Ja, und wichtig ist ja auch hier der Vorlagenverbrauch. So ein Miktionsprotokoll ist auch oft für den Patienten gar nicht mal so schlecht. Er sieht erstens sein eigenes Trinkverhalten. Zweitens sieht er, wie oft er eigentlich auf Toilette geht. Und wie wenig er Urin vielleicht nur abgibt in die Toilette. Ja, das ist, wie gesagt, schon allein eine Verhaltenstherapie. Und dient natürlich uns Ärzten, das auszuwerten und die entsprechende Therapie einleiten zu können. Ja, der 24-Stunden-Ped-Test, den hatte ich ja erwähnt. Das ist der Vorlagenwiegetest. Das ist ja die quantitative Erfassung eigentlich der Haareninkontinenz. Und der Zeitpunkt ist bei uns eben so gewählt, dass wir das erst in der Reha-Woche 1 eben machen und eben nochmal kontrollieren in der letzten Reha-Woche. Ja, den Fragebogen zur Erektilen Dysfunktion bekommt Patienten ja ausgehändigt, wenn sie darunter leiden. Und dieser Bogen wird dann ebenfalls von uns ausgewertet. Man darf sich hier im Reha-Aufenthalt natürlich keine Veränderung erwarten. Die Erektile Dysfunktion besteht sehr lange. Die besteht oft viel, viel, viel länger noch als die Belastungshareninkontinenz. Ja, und so sieht der Bogen eigentlich aus. Wie gesagt, der ist international standardisiert und hat eben viele Fragen zu der sexuellen Aktivität, ob da was möglich ist und wie es möglich ist zur Quantität und Qualität. Und ich sage mal so, die meisten Patienten, die nach einer radikalen Prostatektomie kommen, die sagen eben, ja, da geht gar nichts mehr. Gar nichts mehr heißt immer eins. Das sind drei Punkte dann hier. Auf der Seite auch nur drei Punkte. Am Ende sind es nur sechs Punkte. Das heißt, ein völliges Darliegen der sexuellen Funktionen. Wie schon erwähnt, die Beckenboden-Therapeutin vor Ort ist in der Lage, dann eine Vakuum-Erektionspumpe zu verordnen. Und ebenfalls im Gespräch, im urologischen Abschlussgespräch, bevor die Patienten nach Hause gehen, besteht natürlich für sie auch die Möglichkeit, sage ich mal, eventuell auch mit einem PDE5-Inhibitor noch versorgt zu werden. Das ist ein Medikament wie zum Beispiel Viagra Cialis. Ja, unsere Erfahrung in der Reha-Klinik Bad Seitz-Elm. Wir sind ja zugelassen zur Anschluss-Heilbehandlung bei medizinischer Rehabilitation von Neubögen, der Niere, der ableitenden Harnwege und der männlichen Genitale. Und ebenfalls haben wir eine Zulassung zu den Heilverfahren über die deutsche Rentenversicherung, Krankenkassen und andere Kostenträger wie zum Beispiel Berufsgenossenschaft. Hier habe ich mal eine Statistik aufgeführt, wie viel wir an uronkologischen Patienten aufgenommen haben im Jahre 2019 und im Jahre 2020. 2021 fehlt noch, da lag mir jetzt die Statistik noch nicht vor. Und man sieht, dass wir an Prostatakarzenomen ganz schön viele aufnehmen, 153 2019 und 178 2020. Hier ist die Gesamtzahl an Patienten zu sehen. Also wir haben wirklich gut zu tun. Bevor ich diese Folie zeige, wollte ich noch zur Auswertung der Harninkinienz noch Folgendes sagen. Es gab mal eine große Studie von der Uni Leipzig, mein Diakonomi Dessau und auch Asklepios Weißenfels. Die haben sich jedenfalls, 350 Patienten wurden befragt, drei Monate nach der radikalen Prostatektomie, wie viele Patienten sind denn eigentlich noch inkontinent. Und die kamen dann zu folgenden Ergebnissen. Drei Monate nach der radikalen Prostatektomie sind 60 Prozent der Patienten noch Harninkontinent. Und Patienten, die nicht nervenschonend operiert worden sind und älter als 65 Jahre alt sind, haben ein signifikant erhöhtes Risiko, noch inkontinent zu sein. Und eine sehr wichtige Aussage konnte auch getroffen werden, der operative Zugangsweg. Also, ob man offen chirurgisch operiert wird, laparaskopisch oder Roboter assistiert mit der Da Vinci-Methode, hat keinen statistisch signifikanten Einfluss auf den Harninkontinenzstatus. Allein die Erfahrung des Operteurs ist ausschlaggebend. Nach dem Ziehen des Blasenkatheters haben hier noch viele Patienten, sag ich mal, irritative Symptome, die eine Inkontinenz auslösen können. Die allgemeine Studienlage ist so, dass nach drei Monaten nach der Operation jeder zweite Mann, wie gesagt, mit einer Inkontinenz noch zu tun hat und diese Harninkontinenz eben sehr lange andauert. Das teilen wir den Patienten auch in der Reha-Klinik, bei ZELZ-M eben in den Vorträgen auch immer mit, dass sie sich nicht so viel Druck machen in der Hinsicht, wann denn die Harninkontinenz endlich besser wird. Das dauert, wie gesagt, sehr, sehr lange. Und in dieser Hinsicht habe ich dann, wie gesagt, meine eigenen Auswertungen auch durchgeführt. Und insgesamt lief diese Auswertung von Juni 2020 bis Januar 2022 erfasst. Habe ich 140 Rehabilitanten insgesamt mit einer Belastungsinkontinenz. Da sind ganz viele therapeutische Verfahren erfasst worden, wie zum Beispiel die offene Radikale, laparaskopische, die Roboterassistierte, auch in verschiedensten Kombinationen mit antihormoneller Therapie, mit Chemotherapie, mit Bestrahlung. Bei vielen Patienten leider, muss ich an der Stelle sagen, fiel mir in der Statistik aber auch auf, dass manchmal, dass sehr oft, muss ich sagen, in den Epikrisen nicht dokumentiert ist, ob diese nervenerhaltend operiert worden sind. Ja, insofern ist die Statistik so ein bisschen auch leider fehlerbehaftet, weil ich nicht trennen konnte zwischen nervenschonender Operation und, wie gesagt, nicht nervenschonender Operation. Das gelangt nur bei sehr, sehr wenigen Patienten. Schwierig war natürlich auch die Rückmeldung nach sechs bis zwölf Monaten. Von alleine haben sich die wenigsten Patienten gemeldet. Meistens musste ich doch da leider nachtelefonieren oder nochmal per E-Mail eine Erinnerung rausschicken. Hier sehen wir aber jedenfalls mal, die Auswertung, muss ich an der Stelle sagen, ist nicht abgeschlossen. Also ich habe mir erstmal Patienten ausgesucht nach offener radikaler Prostatektomie, die innerhalb von vier Wochen zu uns kamen. Ja, die Auswertung erfolgt auch noch innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme. Da gibt es ja die verschiedensten Variationen noch. Diese Auswertung, wie gesagt, die läuft noch und ist nicht abgeschlossen. Jedenfalls habe ich hier aber 29 auswerten können. Und man sieht die schon, was ich eingangs schon gesagt habe, sie schlagen doch sehr, sehr oft mit einem Grad zwei Belastungsharen Inkontinenz auf. Und an zweiter Stelle ist der dritte Grad. Was man dann sieht bei der Entlassung ist, dass wir mehr reinkriegen in den ersten Grad und dass der dritte Grad viel, viel weniger wird. Es gibt sozusagen ein Shift in den zweiten Grad rein. Also wir schaffen das schon innerhalb von drei, vier Wochen eine enorme Verbesserung. Und jedenfalls sieht man das an den Vorlagen bei Aufnahme durchschnittlich, muss ich sagen, vier. Da sind ja Patienten bei. Ein Patient hat vielleicht zwölf Vorlagen in 24 Stunden. Der andere hat nur eine Vorlage. Wie gesagt, das ist, wie gesagt, der Durchschnitt, der hier dargestellt wird. Aber auch hier sieht man eine deutliche Verbesserung des Vorlagenverbrauchs. Und auch das Urinengewicht wird er gemessen, wie gesagt, am Anfang und am Ende. Und man sieht hier eine deutliche Verbesserung minus 123 Gramm insgesamt. Dann waren auswertbare Patienten mit der DaVinci, also der Roboter, assistierten radikalen Prostato-Vesikul-Ektomie, die innerhalb vier Wochen nach OP bei uns aufgenommen worden sind. 56 konnte ich auswerten. Auch hier meistens zweiter Grad bei Aufnahme, an zweiter Stelle dritter Grad. Und auch hier sieht man, dass wir mehr reinkriegen in den ersten Grad und mehr Patienten rauskriegen aus dem dritten in den zweiten Grad. Auch bei den Vorlagenverbrauch zeigt sich hier eine deutliche Verbesserung von sechs in 24 Stunden auf vier. Das ist Zufall natürlich. Auch hier konnte ich minus 123 Gramm messen, wie bei der radikalen. Dann habe ich die Patienten ausgewertet, die sich ja nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, also die Patienten, die ich eben dargestellt habe, wie lange sind denn die eigentlich noch inkontinent? Da kam folgendes raus, nach über sechs Monaten haben von 36 Rehabilitanten noch 32 eine Inkontinenz, also circa 88 Prozent. Und nach über zwölf Monaten haben von 19 Rehabilitanten noch 14 eine Inkontinenz, also 73 Prozent. Und das deckt sich ja mit der Studienlage, die ich vorhin erklärt und aufgezeigt habe, dass das eben ein sehr, sehr langer Prozess ist mit der Harninkontinenz. Ja, ebenfalls hier mit der Da Vinci-Methode. Nach sechs Monaten haben von 51 Rehabilitanten noch 46 sogar eine Inkontinenz, circa 90 Prozent. Und nach zwölf Monaten von 19 Rehabilitanten haben noch 15 eine Inkontinenz, also das sind circa 79 Prozent. Bei diesen Angaben über sechs, zwölf Monate habe ich natürlich keinen Unterschied mehr gemacht zwischen ersten, zweiten und dritten Grades, sondern habe nur noch gefragt, wie lange sind sie inkontinent überhaupt? Ja, das war's für meinen Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.